Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist ne ganz famose Frau. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio, ein Radio, ein Radio. Meine Oma hat im hohlen Zahn ein Radio, meine Oma ist ne ganz famose Frau. Meine Oma hat nen Nachttopf mit Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Meine Oma hat nen Nachttopf mit Beleuchtung, meine Oma ist ne ganz famose Frau. Wir haben immer moderne Frau gesungen, aber ist ja egal. Meine Oma hat ne Klatze mit Geländer, mit Geländer, mit Geländer. Meine Oma hat ne Klatze mit Geländer. Meine Oma ist ne ganz famose Frau. Meine Oma hat im Strumpfband nen Revolver, Revolver, Revolver. Meine Oma hat im Strumpfband nen Revolver, meine Oma ist ne ganz famose Frau. Meine Oma hat nen Handstock mit nem Rücklicht. Hab ich auch? Mit nem Rücklicht, mit nem Rücklicht. Meine Oma hat nen Handstock mit nem Rücklicht. Meine Oma ist ne ganz moderne Frau. Meine Oma hat nen Klosettpapier mit Rüchen. Mit Rüchen, mit Rüchen. Meine Oma hat Klosettpapier mit Rüchen. Meine Oma ist ne ganz famose Frau. Meine Oma hat ne Brille mit Gardine, mit Gardine, mit Gardine. Meine Oma hat ne Brille mit Gardine. Meine Oma ist ne ganz moderne Frau. Wow, wow. Bis zum nächsten Mal. So, little girl.